Habt ihr alle schon diese Schrauben beobachtet? Ja, Lee. Nichts in da, wertvoll zu nehmen. Äh, schon ausgelöst. Kein Video drin. Äh... Er wäre aber auch reichlich bescheuert. Vernon, Christa, komm, schau mal an das. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. As you know, the rules are very clear. Determination is mandatory. You don't have to tell them. Tell them it was just nausea. But you gave me something for it and it went away. This is my problem, not yours. If Oberson finds out that I concealed evidence of a pregnancy, I'm sorry, but these are the rules. I'm gonna give you a sedative. It'll make the procedure easier on you. I don't want that procedure! I want my baby! I can't do this! I can't do this! I can't do this! Anna, you don't have a choice. Now, if you like, you can take some time with this. But I need you to come back no later than tomorrow. Or I'll have no choice but to inform Oberson myself. I'm sorry. Nein, er hat's nicht eingegeben. Vielleicht die erste Zahl haben wir gesehen, oder die ersten zwei. Damn it, we almost had it. What the hell kind of place was this? Like Molly said, the worst kind. Lee, maybe there's another tape. We gotta keep looking. I think I recognize that doctor. He was one of the walkers out in the alley by the auto shop. Maybe you should search, see what he's got on there. What's the name? Video band? No, I don't need anything. Oh, shit. Camcorder. I'll use a plug. That's what we can do. Do you think shooting it open would work? The only thing that would accomplish is getting us all killed. So, no, I don't. Okay. Looks pretty sturdy. No way we're gonna force that open. We might be able to find something to pry it open, but it'll take time. We have time. Omid needs that medicine. We have to get it open now. Hmm. Der Doktor hieß Logan. Vielleicht gibt's hier irgendein... Ansehen Video Band, das ist uns ja nix. Ah, hier. Ne, schon war ein Video Band. Nee, schon war ein Video Band. This is day 82 since the outbreak. 1547. Dr. Logan in consultation with Patient Anna Correa. Was ist 1547? Regulatungen. Oberson hat mich auf alle Medikamente und Konsultationen geworfen. Ich brauche dich abbrechen. Das Sonogramm hat festgestellt, dass du heiratet bist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie du weißt, die Regeln sind sehr klar. Die Terminierung ist mandatoren. Du musst nicht nacken. Du bist nur Nase. Ja, aber du hast mir etwas für ihn, und es ist weg. Das ist mein Problem, nicht dein. Wenn Oberson weiß, dass ich eine Beziehung habe, ich bin sorry, aber diese sind die Regeln. Ich werde dir ein Sedative geben. Es wird die Prozesse einfacher auf dich. Ich will nicht die Prozesse. Ich will mein Baby. Ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht tun. Anna, du hast keine Wahl. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen Zeit mit dir nehmen. Aber ich brauche dich nicht später als morgen. Oder ich habe keine Wahl, als ob Oberson mich selbst informieren. Ich bin sorry. Nein, wir können ja mal probieren. Ich kann es nicht ohne die Kombination öffnen. Ja, ich habe doch vielleicht die Kombination. Okay, ist das nicht der Name des Doktor auf dem Tape? Schade, ich weiß nicht, ob ich das Kombination nicht weiß. Ich kann es nicht ohne die Kombination öffnen. Oh, ne Scheiße. Okay. Irgendwie muss das hier doch funktionieren. Ach so. Was hast du erwartet? Was hast du erwartet? Na klar, die, die, die Leiche. Ja gut, die könnten wir jetzt natürlich besuchen gehen. Es ist ja nur die Frage, ob da jetzt nicht noch die anderen 50 Walken herumrennen. So schlimm kann das ja nicht werden, wenn es im Spiel so gewollt ist. Ich will da nicht unbedingt drauf gehen. Stacheldraht, das ist der Ort, der hier vorbeigeschlichen ist. Dann kommt der Typ bestimmt jetzt gleich. Was? Hermanns. Das ist der Ort, der ich nachher schaue. Das ist der Ort, der ich nachher schaue, das ist eine Möglichkeit. Das ist definitiv der Typ. Und jetzt nehmen wir den mal aus. Das ist vielleicht nur das, was wir brauchen. Und was ist das? Sieht aus wie ein bisschen Kode. Aber Fernand sagte, die Safe-Kombination war nur vier Nummern. Scheiße, Zeit zu gehen. Okay, wir müssen uns nicht mal eingeben. Okay, wir müssen uns nicht mal eingeben. Okay, so. Jetzt bitte einmal hier rein. Wir haben genau genommen noch zwei gefunden. Ah, okay, das ist jetzt das von draußen. Ja, das ist das, was wir brauchen. Hast du eine Entscheidung gemacht? Ich dachte, du sagst, ich habe keine Wahl. Na, technisch, du sagst. Du kannst die Pregnanzierung, oder leave Crawford. Natürlich, das wäre eine Todesendung für dich und dein Unborn Kind. Vielleicht ist das besser. Ich habe alle Nacht gehalten, um das zu tun. Warum versuchen wir sogar zu überleben, um weiter zu leben? Wenn das ist das, was es braucht. Wenn das ist das, was es uns in. Ich mache nicht die Regeln, Anna. Dr., ich bin bitte, bitte, hilf mir. Vielleicht ein Tag, wenn Dinge anders sind, kann man versuchen wieder. Aber für heute, wir müssen das machen. Nein, nein, nein. Ich denke, wir wissen, was mit Crawford passiert. Mehr als wichtig ist, wir haben die Kombination. Krista, bist du okay? Was ist falsch? Es ist nichts. Ich denke, das war einfach schwer zu sehen. Keine Worte über mich, ich bin gut. All right. Wir holen die Schmerzen und rauskommen hier. Wir sind in der Arbeit. Antibiotika, Morphine. Wir nehmen so viel davon, wie wir können. Okay, ich denke, wir sind gut. Das ist mehr als genug für deine Leute und meine. Wir gehen. Ich habe eine Thera-Tapel in der Locker. Ich würde mir das aber doch noch sehr gerne anschauen. Nee, nee, ich will mir das angucken. Nein, das war. Ich kann mich verstehen, dass ich ein Stück zurückkehren muss. Ich muss mich auf das, was ich das dringend mit dir geben. Woher? Oberson hat jemanden hier hier ausgewertetigt und erholt. Er ist wirklich krackig, aber nur kann ich nicht scharren. Wir hatten eine An-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Das ist kein Problem. Wir haben es nicht mehr. Meine Sister braucht diese Medizin. Without it, sie wird sterben. Oder sie wird anfangen, Symptome zu zeigen und sie werden sie wegnehmen. Ich kann das nicht passieren lassen. Entschuldigung, Molly. Ich habe alles, was ich kann. Aber ich muss mich hier aufschauen. Ja, das ist der Crawford Weg, nicht wahr? Okay. Da wissen wir jetzt wenigstens, warum Molly da so ausgeflippt ist. Wahrscheinlich dadurch, dass wir uns dieses eine Band von 20 Sekunden angeguckt haben, ist jetzt das halbe Klassenzimmer überrannt und wir haben die übelsten Schwierigkeiten, jetzt hier wieder rauszukommen. Jesus Christus! Oh, du hast mir das verdammt. Wo hast du denn da? Sightseeing. Ich nehme jetzt die Batterie. Oh, ja. Äh, über das. Ich bin nur verrückt. Oh Mann, ey. Hier geht's. Was ist das? Nichts. Ich weiß, dass das Crawford Schamster ist nicht angelogen. Du liefst mir. Was? Du sagst, dass du hier noch nie gewesen wärst. Aber das war nicht die Wahrheit, war es? Was? Wer hat dir das gesagt? Ich sah dich auf einer Sicherheitstape. Du warst ein Gespräch mit dem Doktor. Ich lief nicht. Ich fragte dich, wie du über Crawford wusstest. Du sagst, dass du nur Geschichten hörst. Du sagst, dass es über Crawford gab. Ich sagte, dass es über Crawford gab. Ich habe nie gesagt, dass das wie ich wusste. Ich habe niemals lief mit dir. Und wenn ich so, was ich? Ich habe dir nichts. Du schiefst meine Leben twice, aber du kannst mir nicht sagen, die Wahrheit? Wir werden wirklich das jetzt machen? Ich glaube, das ist für dich. Ich war hier mit meiner Freundin. Sie war 14 Jahre alt. Als die Möge angefangen hat, und Crawford shut sich in. Es war ein sehr guter Problem. Wir waren sicher. Wir hatten alles, was wir brauchen, um zu überleben. Dann wurden die Regeln angefangen. Keine Person, die nicht in ihrem Platz verhalten konnte. Keine Person, die nicht in ihrem Platz verhalten konnte. Keine Person, die eine besondere Wunschung. Meine Freundin war eine Diabette. Und durch die Regeln von Crawford, das hat sie verletzt. Ich habe sie ein Geheim. Ich habe sie seltsam für so lange wie ich konnte. Aber im Endeffektor, ich konnte sie nicht schützen. Das ist das, wenn ich rausgehe. Crawford... Sie haben immer gesagt, wie die System funktioniert. Wie alles besser ist als eine von ihnen geworden. Aber ich habe gesehen, was sie bereits geworden sind. Ich habe nur gedacht, dass ich es gesehen habe, bevor es zu weit ist. Bevor sie gekommen sind. Bevor sie gekommen sind, und sie haben meine Freundin weg. Oh Mann. Aber dieses Mal... ...läutet nicht sie die Glocken. ... ... ...